Zu Bonjour Berlin begrüße ich Robin Alexander von der Zeitung Die Welt. Herr Alexander, guten Tag. Nach 18 Monaten Streit um die Flüchtlingskrise treffen sich Angela Merkel und Horst Seehofer mit Parteigefolge in München. Wie sehr ist Martin Schulz da ein Versöhnungsbeschleuniger? Ja, ich glaube man sieht den Politikern von CDU und CSU den Schrecken ja wirklich ins Gesicht geschrieben. Wenn sie gerade ihr eigenes Interview gehört haben in Phönix, wo der CSU-Generalsekretär sagt, Martin Schulz würde hypen. Wer hätte das für ein paar Wochen für möglich gehalten? Nee, denen geht jetzt wirklich auf, dass es ein harter Wahlkampf war. Bisher dachte die Union, das wird holprig, weil man sich in wesentlichen Punkten nicht einig ist. Aber die SPD hat eh keine Chance und jetzt stellt es sich anders dar. Ein Kernthema wird die Flüchtlingspolitik sein. Beim Thema Obergrenze ist aber bislang überhaupt kein Kompromiss gefunden. Da gibt es keine Lösung. Geht es denn auch ohne zusammen? Ich glaube, dass die Verengung auf die Flüchtlingskrise ein bisschen verkleistert, wie sehr die Parteien, also CDU und CSU, auch in anderen Fragen auseinander sind. Die Obergrenze haben Sie ja selbst angesprochen. Aber nehmen Sie zum Beispiel den Umgang mit Donald Trump. Eine entscheidende Frage ja heutzutage. Frau Merkel hat ihn an gemeinsame Werte gemahnt. Frau Merkel gilt international als eine Art Gegenspielerin von Herrn Trump. Horst Seehofer dagegen hat ihn gratuliert, hat ihn nach Bayern eingeladen und findet es erfrischend, wie viel er in den ersten Tagen von seinem Programm umsetzt. Oder nehmen Sie Putin. Frau Merkel ist die Architektin der Sanktionen in Europa. Seehofer möchte die Sanktionen weghaben. Oder nehmen Sie die Rentenpolitik. Da sind ganz unterschiedliche Vorstellungen. Oder nehmen Sie die plebisitäre Abstimmung. Die CSU möchte Volksabstimmung, die CDU ist sehr dagegen. Oder nehmen Sie den Koalitionspartner. Die CDU orientiert eindeutig auf eine schwarz-grüne Koalition. Die CSU will das auf gar keinen Fall. Also die sind sich in sehr, sehr vielen Punkten im Moment nicht einig. Die Obergrenze ist nur der Punkt, der immer als erstes genannt wird. Es gibt also viele Dissonanzen. Die Kanzlerin ist auch von Horst Seehofer oft öffentlich angegriffen worden. Wie ehrlich ist es denn, von der CSU sie dann trotzdem als Kanzlerin aufzustellen? Das ist ja eine Machtfrage. Also dass Horst Seehofer und Angela Merkel andere Meinungen vertreten haben. Ich finde, das haben die persönlich ganz eindrucksvoll hingekriegt. Weil die waren ja so weit auseinander und haben aber immer Speaking Terms gehalten. Also waren immer zusammen sprechfähig und auch politikfähig. Also das nötigt mir eher Respekt ab, dass man, wenn man zwei so unterschiedliche Konzepte in einer Union vertritt, dass man dann das doch irgendwie schafft. Also ich glaube persönlich, das ist nicht das Problem. Schauen wir ins Nachbarland. Auch die Franzosen sind mitten im Wahlkampf. Gestern hat die Präsidentschaftskandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, das Wahlprogramm vorgestellt ihrer Partei. Darin geht es gegen Zuwanderung, gegen Eliten, gegen den Islam, gegen Globalisierung. Der Begriff nationale Priorität war außerdem ein wichtiges Stichwort. Wie viel Trump steckt da drin? Naja, vor allen Dingen geht es gegen Deutschland. Die wollen den EU-Austritt Frankreichs zur Abstimmung stellen. Die wollen den NATO-Austritt Frankreichs zur Abstimmung stellen. Also was Frau Le Pen da vorschlägt, wäre für uns Deutsche eine echte Katastrophe. Weil Frankreich ist nun wirklich unser engster Partner seit Jahren. Und sowohl wirtschaftlich als auch politisch müssten wir unser Land eigentlich halb neu erfinden, wenn diese Politik, die da vorgeschlagen wurde, tatsächlich umgesetzt wird. Umfragen sagen derzeit voraus, dass Le Pen in die Stichwahl einziehen würde. Entweder gegen den Sozialisten Armand oder den konservativen Fillon. Wer würde denn Le Pen als Gegner gefährlicher werden können? Ich bin kein Experte für die französische Innenpolitik. Und ich finde auch, dass da im Moment so viel übereinander fällt. Sehen Sie, vor ein paar Wochen hörte man immer noch, Herr Fillon wäre so eine Art Killer-App für Frau Le Pen. Jetzt hat er ganz große Probleme. Jetzt ist wieder Herr Macron in den Schlagzeilen. Jemand, der für Deutschland vielleicht sogar das kompatibelste Programm hat, weil er auf sanfte Reformen setzt und auch nicht aus der Front gegen Russland ausscheren will. Aber ich glaube, da ist noch so viel im Fluss, dass wir das jetzt noch überhaupt nicht wissen, wer da gegen Frau Le Pen in die Stichwahlzieg kommt. Es bleibt also spannend, Robin, Alexander. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführung. Gerne.